Ja, kannst du dir nicht einen Tesla kaufen? Einen Tesla möchte ich, der Herr Revoluzzer, da bei uns auf dem Land. Wie viele Stromzapfsäulen gibt es denn bei uns auf dem Land? Die mobile Stromversorgung bei uns im Dorf, das ist der Wilmer Adi. Der hat einen kleinen Edeka-Land und der hat da drei 9-Volt-Batterien. Und ab und zu auch diese länglichen, aber nicht immer. Das ist bei uns der Stromzugabe.